Entspannen, Wohlfühlen, Genießen. All das wird in der Therme des Lichts großgeschrieben. Und natürlich gehört zu einem perfekten Thermentag neben einem tollen Service auch die Kulinarik. Und vor kurzem lud man zur großen Weißwurstparty. Christian, zum Oktober gibt es passend in der Therma-Aquilux heute eine Weißwurstparty. Wie ist die Idee dazu überhaupt entstanden? Ja, das ist jedes Jahr im Oktober, machen wir eine kleine Überraschung für unsere Gäste und laden sie auf eine Weißwurst ein. Da sehen sie einmal mich einmal arbeiten bei der Weißwurst-Ausgabe. Steht euch jetzt im Herbst einiges in der Therma-Aquilux an? Ja, wir haben ein Programm von einem schönen Pianoabend bis zum Martini-Ganzl-Essen, bis zum Nicolo hinein, aber das kommt erst im Dezember, also es steht einiges an. Sessionale, frische Küche. Darauf legt man in der Therma-Aquilux großen Wert. Und das schätzen die Kunden. Also jetzt zur Zeit zum Oktoberfest und andere Sachen, Wildgerichte, was halt in die Zeit passt, Marone, Sturm, dass die Leute halt zufrieden sind. Was schätzen die Kunden ganz besonders, wenn sie zu euch in die Küche kommen? Ja, das Ambiente, das sie in Ruhe essen können, das ist nicht mehr bei jeder Therme so. Meistens gibt es nur mehr SP-Bereich und bei uns wird noch frisch gekocht im Alacat-Bereich. Heute steht in der Therma-Aquilux die Kulinarik im Mittelpunkt mit der Weißwurst-Party. Wie finden Sie das? Ja, das ist eine tolle Sache. Es ist einmal etwas Neues wieder und die Leute, glaube ich, nehmen das sehr gut an. Perfekt. Schauen Sie her. Ich zahle ein Runde Bier für unsere Truppe. Wir sind eine Saunapartie. Wir gehen schon jahrelang da her. Das finde ich gut. Die Zeit passt an. Oktober. Das ist ein kleines Oktoberfest. Ich erlebe ich Aufmerksamkeit. Was schätzen Sie ganz besonders an der Therme? Warum kommen Sie gerne hierher? Was macht es aus? Einfach das Relaxen, das Wohlfühlen, das Treffen mit Gleichgesinnten. Ich fühle mich wohl, wenn ich da bin. Gönnen auch Sie sich einen ganz besonderen Tag. Lassen Sie sich verwöhnen und schalten Sie ab in der Therme des Lichts in Funsdorf.